Musik Mein Name ist Markus Dickhausen. Ich bin der Grunde der Firma Ampelmann und war damals auch maßgeblich an der Rettung beteiligt. Und ich habe als Gast heute Frau Claudia Kühn, sie hat das Lektorat gemacht und es ist eine Ehre, Frau Dillard Keglau, die bitte das Schöne, der Ostdorf. Das Buch von Ampelmann ist eine Neuauflage, eine nette Neuauflage, es gab 19 Jahre vorher. Und dann habe ich damals mit Art Hela zusammen das Buch von Ampelmann herausgegeben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Hallo. Tschüss. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017